Achtung, jetzt beginnt Nicht erschrecken, das ist Jens Spahn Und Jens Spahn hatte mehrere Optionen Er hätte die Perch einführen können Oder die Hunger Games Oder, und er hat sich dann eben für die noch unmenschlichere Methode entschieden Nämlich einfach vorzuschlagen im Bundestag Dass man Flüchtlinge, die man einem Land nicht zuordnen kann Weil die zum Beispiel keinen Pass haben Weil Rassentheorie ist nun mal ein bisschen veraltet in Deutschland Deshalb denkt man uns nicht so ganz rechtsstaatlich Deswegen kannst du nicht einfach einen Gentest machen oder so ein Quatsch Oder Bluttest und dann die Leute halt dorthin schicken Wo sie genetisch herkommen, was auch immer das sein soll Und dann stattdessen schickt man sie dann einfach nach Ghana oder Ruanda Großbritannien oder das Vereinigte Königreich, die machen das schon Und ja, Jens Spahn hat dann auch sich so gedacht So, weißt du was? Nachdem er eben George Orwells 1984 gelesen hat Und sich gedacht hat, boah, das ist eine Hammeranleitung Hat er dann gesagt, er findet das humanitärer Und das würde dann halt auch mit der Genfer Flüchtlingskonvention Halt eigentlich geil sein, so im Einklang Ja, spannende Idee Völliger Murks Aber passt eben zum Rechtsruck der CDU Und ich weiß nicht, ob Jens Spahn es weiß Aber er als homosexueller Mann Wird halt auch sehr schnell die Lager von innen sehen Wenn das so weitergeht Sonst, eine gute Nachricht Die vielleicht die Demokratie auch noch irgendwie retten kann Nämlich EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen X Die vermuten da irgendwie Eine Menge Hass und Hetze und falsche Informationen auf der Plattform Und das dürfen die Plattformen tatsächlich gar nicht so in der Form zulassen Äh, ja, äh, hoffentlich werden sie nach diesem Verfahren Wo sie eingehend die Plattform, äh, äh, ja Ne, so ausführlich die Plattformen erforschen werden Werden sie vielleicht ein bisschen was finden Könnte sein Ich freue mich schon auf den Bericht Ohne Witz Ich freue mich schon, wenn die dann so Sechs Monate später oder sowas Einen Bericht vorlegen Und, äh, da jemand ist mit Keiner, der so aussieht, als hätte er jetzt Seit drei Monaten nicht mehr geschlafen Völlig aufgerissenen Augen Und, äh, den fettesten Augenringen Die du dir vorstellen kannst Und einfach nur so Ich bin durch die Hölle gegangen Und fuck Fuck Wow Naja, und hoffentlich wird dann, äh, die Plattform Twitter Also X Auch zugemacht Weil das muss halt passieren Ne, so Und dann Richtig nice, ne Ihr müsst mal bedenken Masterplan von Mark Zuckerberg Ne, da merkt man, dass der das wahre Genie ist Ähm, erst mal Facebook An Start legen An den Start bringen Und Facebook Sorgt erstmal auch Für einen ordentlichen Rechtsruck Weil auch dort Sind natürlich die Rechten Massivst dominant Weil Social Media einfach So eine Tendenz dahin hat Dann sorgt dieser Rechtsruck Dafür, dass Unter anderem Elon Musk Komplett abschwurbelt Elon Musk Kauft dann irgendwann Twitter Weil er Durch den Rechtsruck Und die Propaganda der Rechten Der Meinung ist Dass die Rechten irgendwie Unterdrückt werden Von irgendeiner Woken Linksgrün Versifften Meinungsdiktatur Kauft Twitter Sorgt dort für Meinungsfreiheit Macht die Plattform Komplett unbrauchbar Und jetzt Stürmen alle zu Freds Was eben Zuckerberg gehört Beziehungsweise Meta Und dann besitzt am Ende Zuckerberg Nicht nur Facebook Instagram Und Whatsapp Sondern auch Praktisch Twitter Also dann Freds Wow Was ein krasses Mega kapitalistisches Monopol Was überhaupt keine Absolut Fatalen Konsequenzen Für die Zukunft Haben wird Nice Und ich finde das Auch immer geil Wenn die ganzen Linksgrün versifften Antifa-Leute Sich dann auf Freds Wiederfinden Und sich alle Ein High Five geben Und sagen Boah Yeah Hier gründen wir Die geilste Stabile Community Die die Welt Jemals gesehen hat Übernehmen den Laden Und Freds wird damit Ein total wunderbarer Ort Der Gelassenheit Der Harmonie Und ein nicer Safe Space Für alle Okay Viel Spaß damit Ich glaube Da haben die Leute Also das ist halt schon wild Dass halt Twitter so schlimm Werden musste Dass Dass Freds Ein mega kapitalistisches Machwerk Dass das irgendwie Als die linke Progressive Alternative Wahrgenommen wird Ja Ihr könnt natürlich Den Artikel Später lesen Ich werde die gleich Alle nochmal In den Chat posten Ja Steht jetzt nicht viel drin Außer das Also das wäre noch Ein wichtiger Fakt Es gibt halt eben Ein neues EU-Gesetz Was die Plattform Was große Social Media Plattformen Stärker Reguliert Und Dementsprechend In diesem Rahmen Müssen die Plattformen Ich glaube bis Februar Auf Vordermann gebracht werden Sonst werden sie Eventuell sogar Abgeschaltet Und das ist halt eben So ein Ding Die EU Hat eigentlich keinen Bock Irgendeine Social Media Plattform Abzuschalten Das war nie vorgesehen Dass das passiert Weil das ist halt immer Ein riesen Heckmeck Und jeder Politiker Und jede Politikerin Wird wahrscheinlich Schreiend vor dieser Verantwortung Davonlaufen Aber Ich sehe jetzt auch nicht Dass Elon Musk Irgendwie die Kurve kriegt Und sich denkt Weißt du was Vielleicht Mache ich das Mit diesem Forchan In viel größer Doch nicht Und werde die Plattform Wieder ordentlich Regulieren Bevor das Ganze Ein riesiges Grab Für mein Vermögen Geworden ist Weil am Ende Hat er 44 Milliarden Dollar bezahlt Er musste Einen Kredit Von 13 Milliarden Dollar aufnehmen Um sich das Überhaupt kaufen zu können Um sich das leisten zu können Und zahlt für diesen Kredit Immer noch Eine Milliarde Zinsen Pro Jahr Was ihn wahrscheinlich Ruinieren wird Auch wenn viele sich denken Hä der hat doch 300 Milliarden Ja aber Eben nicht in bar Sonst Leute Vatikan Erlaubt Segnung Homosexueller Paare Das heißt Endgültig Können auch Mann und Mann Und Frau und Frau Sich in einer Völlig altmodischen Und Ungesunden Institution Irgendwann Zusammenschließen Und für immer wieder finden Und daran zugrunde gehen Ich freue mich Darauf ein Ein Clap Einmal Für alle homosexuellen Menschen da draußen Natürlich viele Länder Haben die Gleichgeschlechtliche Ehe Schon erlaubt Jetzt auch Der Vatikan Im religiösen Sinne Warum auch nicht Ist ein bisschen Verwirrend Also der Papst Den wir ja aktuell Haben im Vatikan Ist ja sowieso Irgendwie ein cooler Wurde schon von den Republikanern in den USA Als Marxisten Bezeichnet Generell Ziemlich woke Der meint halt Also bis auf die Tatsache Dass er meint Dass Kinder auch mal gerne Ne Klatsche bekommen könnten Ist er sonst Naja und natürlich Die ganze Sache mit Kindesmissbrauch In der katholischen Kirche Und so Dass er das nicht so Wirklich aufarbeitet Geschenkt Haha Ist er trotzdem Für Hat er sich schon Für Umverteilung Ausgesprochen Gegen Kapitalismus Dafür dass man Geflüchteten hilft Und sie aufnimmt Und für eine ganze Menge Weiterer progressiver Zeugs Und die katholische Kirche Verliert sowieso Am laufenden Band An Anhängern Und das ist natürlich Etwas womit sich die Kirche halt irgendwo versucht Zu retten Weil Die Menschen Wenden sich nur mal Von der Kirche ab Weil das für sie Altes Traditionelles Konservatives Konstrukt ist Womit sie einfach Nichts mehr anfangen können Und die katholische Kirche Hofft eben Indem sie ein bisschen Mehr woke wird Dass sie dann eben Noch von den Leuten Angenommen wird Ist eine gute Sache Ja warum nicht Aber sonst kann man Die scheiß Institution Auch einfach Mal langsam loswerden Weil Niemand braucht den Kack Naja Wo steht's Warte Genau Aber Irgendwie Wilt das hier noch Man müsste daher abschätzen Ob es Form der Segnung Geben könne Ohne eine falsche Vorstellung von der Ehe Zu vermitteln Offizielle Regelung Dazu lehnte der Papst Damals jedoch ab Die Ehe sei eine Verbindung Zwischen Mann und Frau Ja Also Whatever Keine Ahnung was Katholische Kirche halt Aber Die kriegen das schon Irgendwie auf die Kette So keine Ahnung was Jesus hat ja auch ständig Seine Jünger da geküsst Also es ist ja auch Irgendwie ein bisschen gay Und Dann passt das ja Eigentlich So kriegen sie das Vielleicht auf die Kette So Äh Bauern Machen Machen Sachen Weil Subventionen Für die Landwirtschaft Und für Die Bauern Wurden gestrichen Durch die Sparmaßnahmen Der Bundesregierung Ähm Weil Schuldenbremse Und so Und man darf halt nicht Die 60 Milliarden Die für Klimaschutz Ähm Ähm Oder beziehungsweise Ursprünglich für Corona Hilfen Gedacht waren Nicht einfach mal eben Für Klimaschutz ausgeben Hab keine Ahnung was man sonst Mit den 60 Milliarden macht Also die 60 Milliarden Sind halt da Ne Das sind Kredite Die wurden aufgenommen Also irgendwie muss man ja Diese 60 Milliarden Noch loswerden Aber da hat das Verfassungsgericht gesagt Ja das ist ja kein Notfall Mit dem Klimaschutz Deshalb Geht das nicht Dass man das einfach Umschichtet Also muss die Regierung Irgendwo 60 Milliarden Jetzt herbekommen Und das machen sie halt eben Durch massive Sparmaßnahmen Unter anderem Eben auch Äh Mit Ähm Subventionen Die gestrichen werden Für die Landwirtschaft Und das finden die Bauern Halt nicht so geil Und jetzt sind die da In der Ampelkoalition Wieder hart am diskutieren Was sie denn da machen können Und ähm Es gibt halt wieder Äh Vorschläge Für Christian Lindner Hey So könnten wir doch Woanders her Geld herbekommen Die FDP-Fraktion Im Bundestag sagt Äh Sie wollen sich auf die Seite Der Bauern stellen Was auch Wie auch immer das Sinn macht Aber Ist halt so Ne Die FDP Tut halt immer so Als wäre sie eigentlich Irgendwie in der Opposition Und gar nicht in der Regierung Äh Weil in der Regierung Sein ist halt irgendwie Ziemlich uncool Und besser Irgendwie Opposition sein Als schlecht regieren I don't know Es ist ganz ganz merkwürdig Und Äh Mal gucken was daraus wird Aber Sonst So oder so Die ganzen Sparmaßnahmen Sind halt Kompletter Schwachsinn Die Schuldenbremse Schwachsinn Äh Das sind halt alles Einnahmen Die Unternehmen jetzt fehlen Oder eben Menschen Generell Das ne Die müssen ja jetzt sparen Wenn der Staat spart Sparen wir Alles was der Staat ausgibt Sind halt unsere Einnahmen Und Deshalb Ähm Ist das halt Etwas was die Wirtschaft A treffen wird Ganz viele Unternehmen Und Konzerne Hatten sich schon darauf eingestellt Dass sie Tolle Umweltschutz Technologien Wie man sie auch nennen Ich nenne es mal anders Erneuerbare Energien Und so weiter Darin investieren werden Dass sie Eine bessere Infrastruktur Gestellt bekommen Und dadurch Die und die Projekte Möglich werden All das Darauf haben die sich schon eingestellt Damit hatten sie schon geplant Und das ist jetzt Teilweise Auf der Kippe Beziehungsweise Ganz hinüber Und Ähm Ja Das wird halt noch Ein Riesenspaß Für uns alle werden Und natürlich Ist das irgendwie Ein Konjunkturprogramm Für die AfD Wie Maurice Höfgen Das Ganze nennt So Das war's Mit Nice Schaltet das nächste Mal Wieder ein Wenn ihr News braucht Kompakt Aus linker Perspektive Gut vorbereitet Fünf Minuten Vor Streambeginn